Hallo und Willkommen zurück auf diesem komischen Raumschiff, bei South Park hier. Ich hatte gerade das Spiel geladen, ich weiß gar nicht. Ich dachte, ich wäre schon draußen. Jetzt muss ich erst mal schauen, wie wir dieses Kackdingen hier machen müssen. Hey, zahlt doch die. Gut, ich dachte, das hatten wir alles schon. Ich weiß, dass wir das schon hatten. Egal, mal, das ist nochmal eben den ganzen Gerütz hier. Oh, toll, da geht's weiter. Sehr schön. Aber jetzt weiß ich, wozu ich diese olle Laterne hier, ach, diese Antenne benutzen kann. Antenne! Ist doch lustig, wenn man sowas in seinem Arsch hat, oder was? Warte mal, wollte ich mir gerne mal meine Ausrüstung hier anziehen. Ich muss meinen Schlafanzug weg tun, da hätten mich keine gar nichts. Ich dachte gerade, da wäre was. So. Ich möchte mein Gesicht irgendwie doch anders machen, aber irgendwie jetzt noch nicht. Vielleicht darf ich ja erst mal raus. Komm ich irgendwie durch? Hallo? Nein? Oh, lang. Okay. Ich bin mal gespannt, wie es hier aussieht. Alien! Alter, bescheuert. Findet den Kontrollraum. Okay. Äh, nein. Begleiter habe ich auch keinen dabei, oder? Scheint mir nicht so. Und den Bogen hier? Nix, 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 nix. Wie verwende ich das? Ach ja. Hehehe. Da ist doch noch ein Raum. Was hat denn hier? So ein E-Alien. Luchtener Schlaf. Okay. Hä? 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 Er hat wieder gedöhnt es hier. Hey. Hätte ich das gewusst, hätte ich ja vorhin auch ganz viel kaputt gemacht. Ist nichts interessantes mehr hier, ne? Ne, 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 ne. Ne, und die Dinger da oben sind grausig. Komme ich da nochmal in den Raum zurück? Das weiß ich gerade gar nicht. Sehe ich dann. So, ich komme ja hier durch. Ich bin ja der Typ mit der Sonne. Ja, kacke ist. Reflektieren. Kann ich dich jetzt überhaupt angreifen so? Nein, ich glaube nicht. Ich kann ja mal versuchen vollzupupupen. Oh, das geht nur. Äh. Ja, ne, ist klar. Ich kann ja mal versuchen zuzuschlagen. Ich weiß nämlich nicht wirklich was passiert. Ne, ne. Ne, ne. Oh, okay. Oh, Moony. Mö, mö. Mö, 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 mö. Mö. Wer verringert, leck mich doch. Wer hier kriegt. Achso. Raumschiffmedizin. Gib mit Raumschiffmedizin hier. Mö, 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 mö. Ich habe Lust, das Ding hier zu verwenden. Mö, 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 Oh lol Noch alles mit hier Äh, nein Kaputt So, was war das jetzt für eine schöne Waffe Ach das ist eine Pistole oder sowas, ne? Elektro Die hat einen Slot, wollen wir mal ändern Ablegen So, wenn ich den jetzt aus will und da so ein Ding drauf lege Ja, klar Ah, komm, den wir stehen hier Oh, hey, da bist du Oh, ja, ja, das ist der Lambda-Kontainmentblock Geh das Elevator neben dir Die Probe und dein Arschloch sollte mit dem Interface Sondern, ähm, sicherheits... Die Sonde? Ha Ich kann nicht springen, das ist blöd Warum hab ich jetzt die blöde Sonde hier Wupp, wupp, wohin tun? Da wo rot ist? Nein, da wo blau ist Ach so Ich bin blöd Mh 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 Ich bin da runter Was ist noch so ein Ding? Day 2 So hungry I've searched for food But the only thing I've found Are other people's annoying useless audio logs Why did they bother when they clearly were in terrible danger? Each audio log I find is more irrelevant and boring than the last I must keep looking for a way to survive Hm So, und jetzt? Hm Ja Jetzt Hallo, Sonde Da Komm, steh hin Guck, steh hin Ach, da oben Ich bin blöd Ich muss die Dinger erstmal Sehen Kabel, 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 hä? Was ist das? Ja, da sollte ich nicht so reingehen Oh Kann ich da, ach, was kann ich da tun, was kann ich da tun, ha, 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 ha Ich warte bis das Ding wieder an ist Ich warte bis das Ding wieder an ist Ich bin spürt was passiert Nichts Oh mein Drachenschrei Komm ich doch überhaupt durch irgendwie? Alter hör doch mal auf hier rum zu blähen Ehrlich, Alter Nein Hä? Hä? A, komm Muss ich komm da doch vorbei Schande Perfekte Ausweichhaltung, leck mich mit deiner Perfekten Ausweichhaltung Geh mit Scheiße ist, Alter Was willst du tun, ne? Ist immer noch auf Ausweichen, oder wat? Drück doch, verdammt! Ich krieg grad irgendwie voll den Vogel, ehrlich Oh, das hat ihm gar nichts getan Wann mal eben Da war was, was ich mir gleich noch angucken werde Ist halt kaputt Oh Hey, das ist noch so ein Ding So, jetzt Soll ich da drinnen stehen? Nö Was ist denn das? Was blöd denn das? Ah, ja, 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 ja Ach, ich bin blöd Ganz so Ich muss da vorbei Okay, okay Okay, was soll ich tun? Ach, easy Easy, easy Was passiert irgendwie hier in der Falschdrücke? Okay Okay Wahnsinn Du Idiot, das war aber echt, echt billig. Das war es ja nicht wirklich so. Und was war das gerade? Achso, voll. Schwuppdiwupp. Wo muss ich hin? Hä, blöd? Ich, blöd? Check ich nie. Ach, da unten. Entschuldigung. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich schnieße auch. Hallo? So, immer die richtige falsche Tasse drücken. Die hier? Nee. Nee, das ist unten. Ja, ha, ha, ha. Was bin ich? Was bin ich für ein Tortkopf? Ehrlich. So, wie komme ich nach unten? Ah, da. Okay. Äh, genau. Schande. Ich bin gerade noch anpupen. Ausweichen. Leck mich mit deinem Ausweichen. Den da hinten treffe ich sowieso so nicht. Schild ausweichen. Arsch auf. Ach. Magie. Ich werde dich alle vollpupen. Okay. Oh, oh. Oh. Ist er benommen oder sowas? Äh. Das war es ja nicht so. Alter, du mit deiner scheiß Medizin jedes Mal. Schmach dich alle. Jetzt halt doch mal die Fresse mit der Mööööö. Oh, jetzt gib it. Mööö, Mööö, Möööö. Verbrannt. Ist das hier kaputt? Hä? Nee. Mein komisches Weltraumgeld. Huch. Nee. Ach, was. So ein Klödergedön. Okay, I did find one audio log that was mardly amusing. A woman trapped on this ship left an audio log about some paper she had left in an alien captain. And she told me the code was 776. That was kinda cool, because I didn't know the code before that. So, when I opened the cabin, there was only some kind of power I didn't really need. Was ist das für ein Ding? Hä, hä, Schock. Ist auch Stufe 5. Welche Stufe bin ich denn? Ich bin Stufe 5. Bringt mir das vielleicht mehr? Oder anderes? Hier jetzt 10 Feuerschaden oder 15 Schockschaden. Kann ich ja auch mal ausprobieren. Schon mal ein Elektro-Stäbchen hier. So. Hä? Ja, leck mich doch. Was? Fühlst du mich doch verarschen? Ja, ich... Ich glaube, ich... Ich glaube, ich... Ach so, okay. Okay, das ist auch nicht funktionierend. Geh' zurück zum Elevator. Ich möchte das Ding mal... Hä? Was macht das denn? Ach so, jetzt checke ich... Jetzt checke ich das. Okay, das hätte ich vorhin verwenden können. Hätte. Hätte ich den einen von beiden runterschmeißen können. Was passiert hier? Hm. Ach, Mann. Immer verwechsel ich die Tasten. Okay, ich wollte dich nicht, dass du das tun musst. Aber es gibt noch eine Konsole, die du in diesem Raum über die Brücke probieren kannst. Der Alien, der da arbeitet, ist wirklich schwer. Also, bemerkbar und erinnere, dass die Elektro-Stäbchen benutzt. Was für'n Fisch? Ach, er kriegt nur was ab. Sehr schön. Was für'n Fisch? Was ist denn das für einer? Ich... Ich... Ich drehe durch. Boah, wat? Was wollt ihr tun? Ich glaube, ich behalte den Feuerschaden, oder? Ich bin mir nicht so sicher. Alter, wat? Ich fass' es nicht. Guck mal her hier. Geh bitte jetzt. Wie soll ich denn da ausweichen? Hallo? Ist mal so'n Wasser oder sowas hier. Geil. Nimm, 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 nimm. Guck mal, die Socke. Die olle Socke. Ach, wart. Da kann ich auch ihn hier mit angreifen. Ja, geil. Jetzt gibt's hier. heiltrank sind alle alle groß ich wusste was ich davon esse sehr schön jetzt gib wird auf die fresse von wegen mein freund von wegen ah ja war blöd ich hatte nicht genug matter